Luigis Mansion kann man ab jetzt mit Legos nachbauen und sogar spielen. Dabei kommt Luigis Gruselspaß mit ganzen drei Erweiterungssets zu Lego. Dem Eingang für 39,99, dem Labor und Schreckweg für 24,99 und dem gruseligen Versteckspiel für 79,99. Alle Sets beinhalten unterschiedliche Charaktere, nur Luigi fehlt. Den muss man nämlich im Abenteuer mit Luigi Starter-Set für 59,99 zuerst erwerben. Danach kann man all die neuen Erweiterungen interaktiv nutzen. Dazu eignet sich außerdem die Lego Super Mario App, mit der man interaktive Abenteuer mit Luigi zaubern kann. Der Eingang kommt aber trotzdem mit drei neuen Figuren, dem Polterpinscher, Herrn Finsterling und Boohoo. Beim Labor und Schreckweg muss Luigi die neuen Figuren Professor E. Gid und einen Goldgeist besiegen. Und im gruseligen Versteckspiel gibt es ganze vier neue Figuren. Toad mit einem ängstlichen Gesicht, den Müllkübelgeist, den Greifergeist und König Boohoo. Wie findet ihr die Erweiterungen mit Luigi? Oder gibt es etwa einen anderen Super Mario Charakter, den ihr euch schon ewig bei Lego wünscht? Oder gibt es etwa einen anderen Super Mario Charakter, den ihr euch schon ewig bei Lego Charakter, den ihr euch schon ewig beiにな factiert. Vielen Dank.